Mein Name ist Anne Joop und ich arbeite als Leiterin in einer von insgesamt 23 Kitas in Monheim am Rhein. Wir haben uns mit sieben unterschiedlichen Trägern zusammengeschlossen, um hier für den Zukunftsberuf Erzieherinnen und Erzieher zu werben. Uns alle vereint ein gemeinsames Ziel, nämlich das Sichern optimaler Zukunftschancen für alle Kinder in unserer Stadt. Wir bieten eine fundierte Ausbildung in einem absolut krisensicheren Berufsfeld, vielfältige Aufgaben, Unterstützung und Anleitung während der Ausbildung und natürlich sehr gute Übernahmemöglichkeiten. Ich habe heute auch den Ayub mitgebracht, der vielleicht selber etwas aus seiner Ausbildungszeit erzählen kann. Hey, ich bin der Ayub, 25 Jahre alt und habe die Peer-Ausbildung bei der Stadt absolviert. Super, dass du Interesse am Beruf hast und wenn du gerne mit Kindern und Familien arbeitest, bist du bei den Monomark-Kitas genau richtig. Die Peer-Ausbildung geht über drei Jahre und du erhältst von Anfang an einen Ausbildungsgehalt. Mir persönlich hat die Peer-Ausbildung sehr gut gefallen, da ich theoretische Lernanhalte sofort in die Praxis umsetzen konnte. Ich hatte viele Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln und habe von meinem Team sehr viel Unterstützung erhalten. Ich habe den richtigen Job in der richtigen Stadt, in der Hauptstadt der Kinder gewählt. Auf unserer Seite findet ihr noch viele weitere Informationen über eure Möglichkeiten in der Stadt Monheim am Rhein und natürlich die Kontakte zu den unterschiedlichen Trägern. Schaut doch einfach mal rein oder besucht uns im Chat. Ich habe den Schloss, in der Stadtmärkte ausgesucht. Vielen Dank.